Hi und herzlich willkommen. Heute zocke ich für euch Edge of Zombies. Es geht einfach mal los. Ich drehe einfach mal hier ein bisschen am Rad. Talk to the shotgun. Zack. Hier rin. Zack. Jetzt rennen wir hier in so einer Welt rum, wie ihr seht. Gut. Also hier könnt ihr eure Figur bewegen, wie ihr seht. Hier könnt ihr schießen. Sieg einfach mal ab. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Was? Alter, sind da für Viecher? Na, schießt schon. Ah, jetzt muss ich eine Granate feuern. Geil. Sieg erst mal richtig weggebämmt. Jetzt holen wir uns hier oben gleich die Wumme. Eine Shotgun haben wir jetzt am Start. Alter, wie viele Viecher kommen denn hier? Oh, richtig geil. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Alte Scheiße, johann. Ja, hier musst du gut Action machen. Gut rumrennen. Cool, jetzt haben wir erstmal ein paar weggebämmt. Zack. Und wir uns das hier rennen erstmal nochmal weg. Komm, 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 komm. Alter, das werden ja immer mehr. Yeah, Alter, richtig geil gemacht Bäm Na los, ihr Spacken Ihr werdet jetzt richtig umgeknallt Oh, 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 oh Jetzt muss ich erstmal weg hier Shotgun, yeah Cool, cool, cool Cool, Level Complete, geile Sache Also, wie ihr seht, hier kommt schon eine Menge Zombies an Ihr müsst Jude Action machen Koffer, euch hat sie gefallen Der erste Einblick von mir war eigentlich relativ cool Wie ihr sagt, wenn es euch gefallen hat Dann vergesst nicht zu abonnieren Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, haut rein, ciao